Ich grüße Sie alle sehr herzlich. Ich bin Thomas Bares, 45 Jahre alt und als Württemberger Sport ist dann mit einer katholischen Rheinländerin glücklich feier alt. Seit 30 Jahren bin ich nun Mitglied unserer CDU, oberhalb als CDU-Bezirksvorscher, als Gemeinderat und Kreistag, als Mitglied im Deutschen Bundestag und als parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Ich bringe mich nur mit voller Kraft und mit viel Herzblut in meine Arbeit ein. Gemeinsam haben wir in den letzten Jahren viel erreicht. Ich finde, wir können mit etwas mehr Selbstbewusstsein zu unserer Arbeit stehen, denn wir brauchen uns von niemandem vorführen lassen. Die CDU ist Garant für Sicherheit, für Wachstum und für Wohlstand. Wir dürfen den Anspruch einer Volkspartei nie verlieren. Die soziale Markwirtschaft glaubhaft in die heutige Zeit umzusetzen, das schafft nur die CDU, das schaffen nur wir. Über ihre Stimme und Unterstützung würde ich mich sehr freuen. Herzlichen Dank.